Schönen Tag, Mann. Es ist ein Super am Herd. Ich hab beim Stahnen schon was gegessen. Ich frag mich nur, was ich dann koche. Was wollen Sie von mir? Warum? Nein, Mann, warum ausgerechnet ich? Sag mir, was ich tun soll. Vergib mir, töte alle die Formen von Erlöse uns von dem Bösen. Lass mich nicht allein. Lass mich bitte noch nicht kommen. Lass mich bitte noch nicht kommen. Lass mich bitte endlich sterben. Lass mich bitte alle hinzuhigen. Das hat er da alles am Telefon erzählt. Du hast gleich geredet. Deine Blumen kissen sich von allein. Hast du der Gabi irgendwas gesagt? Warum hätte er was sagen sollen? Anathabee war. Ihr Frau hab ich vorhin getroffen und hab sie gefragt, ob ich sie vielleicht wohin mitnehmen soll. Aber sie hat gesagt, nein, ich geh lieber zu Fuß. Vielleicht sollten Sie ihn dann lieber um Ihren eigenen Scheißdruck kümmern. Habi, hast du mir bitte erklären, was du da machst? Ich hab ihn nur gewaschen, sonst nix. Das bist doch nicht du! Wer bin ich dann? Frag mal deine Frau, mit wem sie telefoniert die ganze Nacht! Kennt ihr? Es ist Gott. Aber immer nix angefangen mit ihm, sondern er mit mir. Gott liebt sie. Und er möchte, dass sie das wissen. Herrgott, verfluchtest du! Herrgott, verfluchtest du! Danke.